Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit mir dabei Kiaras Hossein pur. Kian, in was habe ich dich da heute wieder reingezogen? Du hattest ja noch gar nichts gehört von unserem neuen Thema. Das Thema, um das es heute geht, ich habe noch nie davon gehört, bis Philipp mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich bin mir sicher, viele Zuschauer werden auch nicht von diesem Thema gehört haben. Und zwar gilt es um den Rapper P. Diddy. Einer der im Jahr 2005 einflussreichsten Menschen des Jahres und auch ein sehr, sehr bekannter Musikproduzent. Viele kennen seine Songs. Und der soll jetzt aufgrund von neuen Gerichtsdokumenten, aufgrund von einer Anklage, die von einem ehemaligen Musikproduzenten gegen ihn erhoben wurde, quasi der neue Jeffrey Epstein der Musikindustrie sein. Dieser Vergleich wird gebracht und zwar soll er, einfach um es grob zu sagen, bewusst Partys bei sich geschmissen haben, mit versteckten Kameras in seinen Villen, Leute unter Drogeneinfluss gesetzt haben oder andere illegale Aktivitäten dazu gebracht haben, wie beispielsweise Minderjährige, Schlechtsverkehr mit Minderjährigen, die dann gefilmt haben. Und dann das Material, was er da gesammelt hat, als Erpressmaterial zu verwenden. Gegen bekannte Rapper, Celebrities, aber auch teilweise Politiker. Und ich habe mal ein bisschen Recherche nebenbei noch betrieben. Ich habe herausgefunden, dass vor allem die rechtskonservative Kommentatorin Candace Owens sich um diesen Fall gewidmet hat und die hat teilweise sogar den Vergleich gebracht mit Epstein und sogar eingebracht, dass der Tod von Michael Jackson wohl auch etwas mit dem Ganzen zu tun haben soll. Kann ich jetzt nicht garantieren, ob das stimmt oder nicht. Sie schreibt zumindest auf Twitter, hier mal eingeblendet, der Fall Diddy ist wohl größer als der Fall Jeffrey Epstein und dennoch schweigen die Medien darüber. Das liegt daran, dass sie darin verwickelt sind. Es ist dunkel, aber wir wissen jetzt, dass sowohl Politiker als auch Prominente erpresst werden. Also unglaublich viele Vorwürfe, die sehr, sehr verrückt klingen. Ein Thema, was sehr kontrovers ist und es basiert, wie gesagt, auf dieser Anklage. Und das schauen wir uns heute an, denn wir haben uns gesagt, hey, wir lassen das mal aufarbeiten, recherchieren und gucken uns genau an, was stimmt davon, was stimmt davon nicht, bzw. was wird erstmal erhoben, weil, das ist wohlgemerkt, muss man ganz klar sagen, wir können nicht beurteilen, was genau davon stimmt oder nicht stimmt. Es ist ein Gerichtsdokument, es ist eine Anklage, nur weil etwas angeklagt wird, heißt es nicht, und das sage ich jetzt ganz klar als Disclaimer, weil die Sachen, die wir da gleich vorlesen werden aus dieser Anklage, das ist ein offizielles Dokument, die sind absolut verrückt, aber nur weil etwas in einer Anklage steht, heißt es ja noch nicht, dass es stimmt. Und das heißt, unter diesem Vorbehalt, dass hier auch vieles nicht stimmen muss, sondern dass es in einem Gerichtsdokument ist, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Philipp, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, es gibt ja einfach unterschiedliche Themen in der amerikanischen Medienlandschaft zur Deutschen. Wir haben unterschiedliche Probleme, wir haben viele eigene Probleme und so kümmert man sich eben in Deutschland teilweise mehr um, ja, eben deutsche Belange. Und mir ist es aber aufgefallen, weil ich eben ein Auge auch immer über den großen Teich habe in den USA und so schaue, was da vor sich geht. Da es ja oftmals so ist, dass beispielsweise neue Entwicklungen erst in den Vereinigten Staaten starten und kurze Zeit später zu uns nach Europa rüberschwappen, Themen genauso und so weiter. Trends im Allgemeinen beobachte ich sehr genau, was in den USA vor sich geht. Und da kam eben diese Anklage und da kamen sehr, sehr viele Leute, die sich darüber geäußert haben, aber auch schon seit vielen Jahren. Also, dass P. Diddy, Puff Daddy, Diddy, Sean Combs, er hat ja viele Namen, Brother Love, Love, er tut sich ja seinen Künstlernamen immer wieder ändern, um vielleicht auch sich wiederum in ein anderes Licht zu bringen. Das ist ja eine sehr skandalträchtige Person, ja, grundsätzlich. Wir werden gleich mal darauf eingehen, ob schon mal ähnliche Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden, wie die jetzigen, die vom ehemaligen Musikproduzenten Rodney Little Rod Jones erhoben wurden, welcher über ein Jahr mit ihm zusammengelebt hat, ja, zwei erwachsene Menschen, die zusammengelebt haben, um ein Musikalbum für Diddy aufzunehmen und er wirft ihn eben in diesen Gerichtsdokumenten, wir haben diese Gerichtsdokumente ja auch offen da, ja, also das ist alles hinterlegt, was da ausgesagt wird, der eben unglaubliche Anschuldigungen trifft. Zum einen sexueller Missbrauch von anderen Erwachsenen, also das ist jetzt im Bereich Missbrauch, im Bereich der Homosexualität, dann sexueller Missbrauch von Minderjährigen, dann Erpressung durch diese Partys, sogenannte Freak-Offs, Diddy's Freak-Offs, wo er Partys geschmissen hat, wo es von Drogen nur so gewimmelt hat und das ganz bewusst auch ein Teil des Ganzen war, dann noch deutlich schwerwiegendere Vorwürfe, nämlich Sex-Trafficking, also die Ausbeutung von Sexarbeitern und Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung und Mord, ja, Mord auch und es ist unglaublich, da werden Bilder gezeigt in den Gerichtsdokumenten, es ist schon, ja, was soll ich sagen, wenn wir uns mal der Sache widmen, Kian, gab es denn in der Vergangenheit schon Skandale und wir schauen uns das mal an, P. Diddy, einer in den letzten 20, 25 Jahren der bekanntesten Rapper der Welt, damals eben als Puff Daddy, der war ja auch schon beispielsweise mit Jennifer Lopez liiert, einer der ganz, ganz großen, auch extrem vermögend, sehr, sehr mächtig und die Anklage ist eben, dass er zu einem Teil dieser Macht gekommen worden ist, weil er so wie, ähnlich wie es beispielsweise Harvey Weinstein damals in Hollywood mit diesen ausufernden Partys, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Ausspielung von Macht im Falle von Weinstein gegen Frauen, dann Jeffrey Epstein im, ja, im Bereich der Politik, nicht nur Politik, da ist genauso Hollywood dabei, Ausbeutung minderjähriger Mädchen, Pädophilie und so weiter, Pädophilie ist jetzt nicht hier unbedingt das Augenmerk per se hier, also das sind zwar, da geht es auch um minderjährige Prostituierte und minderjährige Mädchen, die zum einen unter Drogen gesetzt werden, dann zum anderen vergewaltigt werden, teilweise von Puff Daddy, teilweise von mehreren Personen, also das sind die ganzen Anschuldigungen. Wenn wir uns das mal ganz kurz durchgehen, was gab es denn in der Vergangenheit? Im Jahr 1991 war Combs Mitveranstalter eines Basketballspiels mit Prominenten und ein Konzert am City College of New York, bei dem neun Menschen starben und 29 Menschen verletzt wurden. Die Turnhalle hatte ein Fassungsvermögen von 2730 Personen, aber es kamen bis zu 5000 Personen zu dieser Veranstaltung, nachdem die Organisatoren die Türen geschlossen und die Teilnehmer nicht mehr hereingelassen hatten, brachen die Menschen draußen die Turnhalle auf und stürmten in die Lobby, was zu einer Massenpanik führte. Der damalige New Yorker Bürgermeister David Dinkings veröffentlichte einen 67-seitigen Bericht mit dem Titel A Failure of Responsibility, also ein Versagen der Verantwortung, in dem Combs, also Sean Diddy Combs, vorgeworfen wurde, unerfahrene Sicherheitsleute eingestellt zu haben. Combs zahlte einige Familienangehörigen Entschädigungen, damit Klagen fallen gelassen wurden. Das ist jetzt außerhalb dem Bereich der Anklagen, aber wir machen weiter. 1999 war er mit seiner damaligen Freundin Jennifer Lopez in einer Schießerei in einer Disco in New York verwickelt. Er wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt, doch freigesprochen. 2015 wurde er festgenommen, nachdem er den Football-Coach seines Sohnes attackierte. Anklage wurde auch fallen gelassen. Jahr 2017 wurde er von seiner persönlichen Köchin Cindy Ruella wegen sexueller Belästigung und Ausbeutung verklagt. Gegen eine Schadenersatzzahlung wurde die Klage fallen gelassen. 2023, das ist bisher so mit die größte Anklage neben der jetzigen, reichte seine Ex-Freundin, die Sängerin Cassie Ventura, Klage gegen ihn wegen sexueller Übergriffe ein. Unter anderem wegen Vergewaltigung und Missbrauch. Er soll seine damalige Freundin darüber hinaus zum Sex mit männlichen Escorts gezwungen haben. PDD selbst warf seine Ex-Freundin vor, ihn erpressen zu wollen. Diese Klage wurde außergerichtlich gegen eine hohe Summe an Cassie niedergelegt. Da gab es eine Klage im Gegenwert von 30 Millionen US-Dollar und es wurde dann aber außergerichtlich quasi geklärt. Ohne Schuldeingeständnis. Auch hier, man sieht, es gibt unglaublich viele Anschuldigungen. Er wehrt sie aber immer wieder ab. Meistens, indem er, sagen wir mal, außergerichtliche Vereinbarungen trifft. Das heißt, er zahlt Geld. Er zahlt Geld außergerichtlich und dann ist er ... Du kannst ja gerade mal vorlesen, was sein Anwalt Benjamin Brafman dazu gesagt hat. Zu dem es auch übrigens interessante Verbindungen gibt zu seinem Anwalt. Der sagt folgendes, nur damit wir uns darüber im Klaren sind, eine Entscheidung, einen Rechtsstreit beizulegen, insbesondere im Jahr 2023 ist in keiner Weise ein Eingeständnis eines Fehlverhaltens, die Entscheidung von Herrn Combs, den Rechtsstreit beizulegen, untergräbt in keiner Weise seine Ablehnung. Der Behauptung, er ist froh, dass sie eine unvernehmliche Einigung erzielt haben und wünscht Frau Ventura alles Gute. Jetzt ist aber das Interessante, dass dieser Anwalt Benjamin Brafman, der hat in Vergangenheit bereits mit Diddy gearbeitet, 2001 zuletzt in einem Verfahren wegen Bestechung und unerlaubten Waffenbesitzes sogar auch einen Freispruch erwirkt. Der hat aber andere Klienten auch, wie beispielsweise Michael Jackson gehabt. Der hatte 2004 den Vorwurf Kindesmissbrauch, dann den IWF-Direktor Dominik Strauß-Kahn mit dem Vorwurf Versuchte Vergewaltigung und Harvey Weinstein, 2018, bis Weinstein, eine Frau als Verteidigerin, forderte Vorwurf, sexuelle Übergriffe. Also, ja, jemand, der sich mit diesen Themen auskennt auf jeden Fall. Spezialgebiet, ja. Ja, genau, das scheint sein Spezialgebiet zu sein. Und, ja, das ist bisher passiert. Oder hast du noch mehr, Philipp, in Sachen, was vorbeikommt? Ja, es gibt weitere Anschuldigungen. Auch seine ehemaligen Bodyguards und so, die haben immer wieder sehr krasse Anspielungen gemacht oder auch direkt darüber gesprochen, dass sie gesagt haben, die waren ja auf unzähligen Partys dabei und haben ihn bewacht, dass es dort von Drogen gewimmelt hat, dass, obwohl er nach außen hin sich immer als, ja, heterosexueller Mann, der an Frauen interessiert ist, gezeigt hat, er immer wieder, sobald er dann massiv unter Drogen stand, Avancen gemacht hat, Männern gegenüber, die das oftmals abgelehnt haben, weil die eben wirklich heterosexuell waren. Und er versucht hat, sexuellen Kontakt mit anderen Männern zu bekommen oder diesen auch ausgeführt hat. Und da wird einfach ein Bild gezeichnet von, wie soll ich sagen, Sodom und Gomorra auf diesen Hollywood-Partys beziehungsweise auf diesen Partys der Musikindustrie. Es gibt hier auch noch Ende 2023, klagten drei weitere Frauen und berichten von ähnlichen Fehlverhalten zwischen den Jahren 1993 und 2003. Unter anderem klagte eine Frau, die von P. Diddy und Männern, die er kannte, im Jahr 2003 im Alter von 17 Jahren unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden sein soll. Genau, also es gehen Gerüchte herum, dass P. Diddy heterosexuell nur vorgibt zu sein, aber in Wirklichkeit homosexuell ist. Ob das jetzt... Ja, oder bisexuell auf jeden Fall. Oder bisexuell, weil er hat ja sieben Kinder von vier Frauen. Also da, das ist auf jeden Fall eine große Menge an Kindern, die er hat. Ich meine an sich, das Gerücht, P. Diddy sei schwul, hat beispielsweise auch, da hat 50 Cent Andeutungen drauf gemacht und von einem anderen Rapper Exhibit heißt es, dass ihn P. Diddy einst in einen schwulen Club mitgenommen hat. Erstmal sei dahingestellt, ob er schwul ist oder nicht. Dann werden da andere Verbindungen gebracht, weil P. Diddy damals im Alter von 24 schon sein eigenes Label gegründet hat, Bad Boy Records. Und da der Geldgeber seinen Finanzier damals, mit dem er das zusammen gegründet hat, der ihn um 50 Millionen Dollar finanziert hat, Clive Davis, bei dem rausgekommen sein soll, in seinen Memoiren, dass er sich als bisexuell geoutet hat. Und dementsprechend gibt es dann hartnäckige Gerüchte, dass Diddy mit Clive Davis damals schon homosexuelle Handlungen vorgenommen hat oder vorgenommen haben musste, damit er dann die finanzielle Unterstützung, als er noch 24 war, für sein Label bekommen hat. Das ist jetzt alles erstmal in die Richtung, okay, P. Diddy ist heimlich bisexuell oder schwul, schwul, ist jetzt aber grundsätzlich, unabhängig von den ganzen anderen Vorwürfen, dass er Menschen missbraucht, dass er Menschen versucht zu erpressen, dass er Menschen versucht zu zwingen, ja erstmal nichts Problematisches, würde ich sagen. Ich kann es theoretisch nachvollstehen, als Rapper in Amerika zu dem Zeitpunkt ist es vielleicht nicht etwas, was du so öffentlich kommunizieren konntest, einfach weil du dann sonst nicht den Ruf gehabt hättest, den du gebraucht hättest damals, um vielleicht die Karriere zu machen. Das ist mittlerweile nicht mehr so, aber das an sich finde ich jetzt nicht kritikfähig, sondern eher das in Kombination mit den ganzen Vorwürfen. Und die Anschuldigung, um die es ja jetzt geht, in diesem neuen Gerichtsdokument, ich finde, die sollten wir uns mal jetzt als nächstes anschauen. Erstmal vorab zum Dokument an sich. Es wird von, wie du schon gesagt hast, Rodney Jones, Lil Rod, nicht nur Sean Combs, also der gesetzliche Name von P. Diddy, P. Diddy angeklagt, sondern eine Reihe weiterer Personen, ist jetzt hier mal eingeblendet, seht ihr, beispielsweise Justin Dior Combs, das ist der Sohn von P. Diddy, der wird auch angeklagt. Dann Ethiopia H., das ist die Musikmanagerin von ihm damals, Christina Coram, Chief of Staff von P. Diddy, wo du auch schon gesagt hast, wo der Vergleich gebracht wird mit Gisele Maxlil. Dann aber auch Lucian Charles Grange, das ist der CEO von Universal Music, also extrem mächtiger Mann. Ihr seht, da sind auch Musik-Executives drinnen, nicht nur P. Diddy selber, sondern auch viele weitere Kläger und dann werden noch ein paar andere Kläger genannt, die aber anonym sind. Da steht dann einfach John and Jane Doe's One to Ten. Genau, da wird vermutet, wie gesagt, da sind Vermutungen anhand der Gerichtsdokumente, die eben schon ungefähr einkreisen, dass es beispielsweise Usher ist, also der R&B-Sänger Usher, der ja auch schon seit vielen Jahren, seit seiner Jugend, mit P. Diddy zusammengearbeitet hat, vielleicht für die Leute, welche hier wirklich noch sehr jung sind. P. Diddy hat 13 Nominierungen bei Grammy Awards gewonnen, er hat Notorious B. I. G. damals groß rausgebracht, er war aber auch in diesem ganzen Eastside-Westside-Beef zwischen Notorious B. I. G. und Tupac Shakur involviert. Beide Rapper zählen heute noch zu den Legendärsten, sind ja erschossen worden jeweils, ja, auch da ranken sich viele Mythen darum. Es gibt Menschen, die behaupten, P. Diddy hätte direkt mit der Erschießung einer oder beider Rapper zu tun. Es sind also wirklich, es ist schon unglaublich und die Entwicklung ist jetzt ganz neu. Am 4. März 2024 reichte der Musikproduzent Rodney Lilrod Jones, der Combs bereits wegen sexueller Nötigung verklagt hatte, eine Klage gegen Combs und seinen Sohn Justin ein. Und da ist eben eines wahrscheinlich der härtesten Anklagen die Erschießung eines 30-jährigen Mannes bei einem Writer- und Producer-Camp, das im September 2022 in Combs Charlyle Recording Studio in Los Angeles stattfand. Und der Vorwurf ist, dass das massiv vertuscht wurde und dass entweder er oder er und sein Sohn an dieser Erschießung beteiligt waren. Und da werden sogar bei den Gerichtsdokumenten unter Seite 11 in den Gerichtsdokumenten, ja, das ist alles über Bloomberg Law, kann sich jeder mal anschauen. Und errate ich auch den Leuten, schaut euch das selber an, weil diese Behauptungen, die aufgestellt werden, wenn wir die euch vorlesen, die klingen wahrscheinlich unglaublich, ja, vielleicht auch peinlich oder man muss da schmunzeln. Aber jeder soll es sehen. Das sind die Originaldokumente, die Bilder, die dabei waren. Jetzt eben beispielsweise hier auf Seite 11 sieht man einen blutverschmierten Boden, blutverschmierte Toilette, Kleider liegen in der Gegend rum. Das sind die Bilder scheinbar, nachdem dieser sogenannte G-Shot, also erschossen wurde von Mr. Combs oder J. Combs, seinem Sohn. Und das sind eben die Behauptungen, dass diese von einem der beiden erschossen wurden. Sie haben das danach vertuscht, haben eben ihr Sicherheitspersonal angewiesen, sie zu eskortieren, rauszubringen, als die Polizei gekommen ist und so weiter. Also es ist schon unglaublich, was hier gesagt wird. Und dass das L.A. Police Department von der Sache gewusst haben soll und es angeblich vertuscht haben soll oder dazu beigetragen haben soll, das Ganze zu vertuschen. Didi soll laut Jones sein Team angewiesen haben, dem Polizisten vor Ort zu sagen, dass er nichts damit zu tun habe. Angeblich sollen selbst die Schlagzeilen auf einem Fake-Polizeiberücht basierten falsch gewesen sein. Und da gibt es auch noch etwas, da hat ein anderer sehr, sehr bekannter Rapper, Kanye West, bereits in Vergangenheit öffentlich behauptet, Didi wäre ein FED, ein sogenannter Federal Government Officer, also jemand, der beim FBI, CIA oder NSA arbeitet oder ein Agent ist im amerikanischen System. Das ist die Behauptung von Kanye West dazu. Ob das stimmt, ob LAPD hier zusammengearbeitet hat, wird hier nicht ersichtlich. Das ist einfach nur der Vorwurf, der hier gemacht wird. Ja, ich denke, ich meine, man kann jetzt alles auseinanderpflücken. Kanye West hat auch schon viele merkwürdige Sachen gesagt. Ich erinnere daran, Kanye West im Studio, wo er über seine Liebe, I love Adolf Hitler, also seine Liebe für Adolf Hitler gesprochen hat und so weiter, die haben alle schon merkwürdige Sachen gesagt. Nur die Häufigkeit der Anschuldigungen, wenn es immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder über Jahrzehnte kommt, verschiedene Anklagen, die auch vor Gericht liegen, dann aber Zahlungen geleistet werden, um diese Leute zum Schweigen zu bringen. Ja, das lässt einen auf jeden Fall fragen, was denn hier abgeht. Auf jeden Fall, es gibt jetzt diese 30 Millionen US-Dollar Schadenersatzklage von Little Rod Jones, der eben unterschiedlichste Vorwürfe bringt, dass er ständig sexuell belästigt worden wäre, unter Drogengesetz bedroht wurde, dass diese Dinge gefilmt worden wären. Ja, in der Anklageschrift heißt es, Herr Combs verlangte von Herr Jones, ihn ständig aufzunehmen, also per Kamera. Bei mehreren Gelegenheiten nahm Mr. Combs Mr. Jones Handy und begann, sich selbst aufzunehmen. Infolgedessen hat Mr. Jones Hunderte von Stunden an Bild- und Tonaufnahmen von Mr. Combs, also das ist jetzt Diddy, ja, Diddy ist Mr. Combs, Mr. Jones ist der Ankläger, der seiner Aussage nach von ihm belästigt wurde. Er hat also hunderte Stunden von Tonbandaufnahmen von, ich sag jetzt mal Diddy, damit das besser verstanden wird, seinen Mitarbeitern und seinen Gästen gesichert, die sich an schwerwiegenden illegalen Aktivitäten beteiligen. Auf Seite 70 der Anklage, die in New York eingereicht wurde, befinden sich zahlreiche Beweise und detaillierte Anklagepunkte. Das ist ja das Krasse, was man hier sehen kann, also diese Bilder, die eingereicht worden sind. Und da geht es eben darum, in den Vorwürfen, Mr. Combs providing laced alcoholic beverages, also laced alcoholic ist alkoholische Getränke, die aber mit Drogen gemischt waren, to minors, an Minderjährige and sex workers und Prostituierte at his home in California, New York, the US Virgin Islands and Florida. Und dann die Anklage auch oftmals gegen seine Chief of Staff, also seine persönliche Assistentin, das ist Christina Coram, auch als KK bezeichnet, instructing her staff to retrieve drugs so she can provide it to Mr. Combs for his consumption. Also hier wird auch ganz klar davon gesprochen, dass seine Assistentin, sämtlichen Angestellten, Koch, Bodyguards, Fahrer, einfach alle, dieser ganze Hofstaat, den Puff Daddy um sich herum gehalten hat, dass die eigene Bags dabei haben mussten, wo, und dann werden die Drogen aufgezählt, Ketamin, Ecstasy, Kokain, GHB, kenne ich gar nicht, was das ist, also unterschiedlichste Drogen, Ketamin ist ja klar, ein schweres Betäubungsmittel, Kokain, Ecstasy und so weiter, die mussten Bags dabei haben, dass sobald Puffy auf seinen Partys oder eben auch so Drogen haben wollte, dass sofort einer der Angestellten, der ihm am nächsten stand, ihm einen, sein Säckchen mit Drogen überreichen konnte, also das ist schon heftige Anschuldigung. Genau und eben, dass er überall in dem Haus oder wo er diese Partys geschmissen hat, Kameras versteckt gehabt haben soll, um dann eben Videomaterial aufzusammeln, um diese Person dann damit zu erpressen, bei diesen Freak-Offs, bei diesen Partys. Puffy's Freak-Offs, heftig. Das Schlimme ist, ich kann es mir genau gut vorstellen, dass das so abgelaufen ist, weil es eben, ich meine, da ranken sich Tausende, nicht nur Legenden, sondern auch Aussagen von unterschiedlichsten Leuten in Hollywood, Musikproduzenten aus der Musikindustrie, die immer wieder das Gleiche erzählen, dass beispielsweise Kameras abgegeben werden müssen, normalerweise oftmals in diesen Hollywood-Partys, dass sogenannte Verschwiegenheitserklärungen bei Betreten so einer Party unterschrieben werden müssen, weil dort eben scheinbar Dinge passieren können, die nachher andere Leute erpressbar machen. Ein weiterer Punkt hier, Lucian Crange, der CEO von Universal Music, selbst einer der mächtigsten Männer im Musikgeschäft, soll sowohl davon gewusst haben, also was bei Puffy passiert, als auch selbst erpresst worden sein. Er wird hier als one of the most influential men in Hollywood, also einer der einflussreichsten Menschen in Hollywood genannt werden. Und dann gibt es hier das Video Epstein of the Rap Game von Andrew Tate und Meek Mill. Meek Mill, das ist die letzten Wochen vielleicht auch öfters hier hochgekommen. Andrew Tate hat in einem Live-Video Meek Mill gefragt, ob er denn ein sexuelles Verhältnis mit Diddy hatte. Meek Mill, Andrew Tate und Meek Mill fight over Diddy's Sex Assault Allegations. Da gibt es ein Live-Video davon, das man auf YouTube anschauen kann. Das wurde von Patrick Bat-David, dem Podcaster, er hat über 5,3 Millionen Abonnenten, Podcast Value-Tainment, einer der größten Podcasts der Vereinigten Staaten. Da haben sie darüber gesprochen, dass eben darüber gestritten wurde und dass dieser Meek Mill in Wüste Beschimpfungen gegangen ist und gesagt hat, das ist doch alles Blödsinn und so. Das stimmt alles gar nicht, weil, und das hätte Andrew Tate gesagt, weil halb Hollywood und die Menschen im Umkreis der Musikindustrie eben gesagt hätten, dass der Puff Daddy seit Jahren ein sexuelles Verhältnis mit Meek Mill hat. Jetzt denkt man sich vielleicht, so what? Wen juckt's? Okay, Männer haben ein sexuelles Verhältnis. Vielleicht auch mal ganz klares Statement, damit hier nicht wieder irgendwas falsch dargestellt wird. Weder Kia noch ich haben irgendein Problem mit Homosexualität. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Hier geht es jedoch darum, dass in diesem Rap-Game, welches von Machismo, von männlicher Stärke, manche würden sagen, toxischer Maskulinität geprägt ist, die also ganz bewusst immer ihre männliche Seite rauskehren, wie hetero sie alle sind, dass das dann natürlich die Karrieren von solchen Leuten zerstören kann, wenn plötzlich eben keiner so ein männlicher Hengst ist, der zehn verschiedene Freundinnen hat, sondern wenn die untereinander möglicherweise homosexuelle Affären haben. Das ist der Punkt, worauf hier eingegangen wird und warum die sich so dagegen wehren, weil es im Kreise der Rap-Musiker, ich denke, da ist es in Deutschland nicht viel anders, wahrscheinlich als unschicklich, als unmännlich gilt, homosexuell zu sein. Genau, es geht da um dieses Blackmailing von dem Ganzen auch, dass die Leute unter Drogen gesetzt werden und dann eben erpresst werden mit Material, wo sie gar nicht wissen, dass irgendwas aufgenommen wird, um dann eben zu bewirken, dass sie Dinge für sie machen, Fäden ziehen oder was auch immer, nur damit das nicht rauskommt. Und da hat ja der Hauptkläger selber, Lil Rod, dazu im Gerichtsdokument Folgendes geschrieben, das steht unter Punkt 53 bis 58, dass Combs Jones, also Diddy, den Ankläger Lil Rod, auch dazu genötigt haben soll und versucht haben soll, zu berühren. Vielleicht lesen wir da einmal vor, Philipp. Ja, sexuelle Belästigung durch P. Diddy, Zitat, während der gesamten Zeit, in der er mit Mr. Combs, also Diddy, zusammenlebte, war Mr. Jones das Opfer ständiger, unerwünschter und nicht genehmigter Fummelein und Berührungen an seinem Anus durch Mr. Combs. Sorry. Man muss über solche Sachen auch lachen können. Zusätzlich zu den unaufgeforderten und unbefugten Berührungen wurde Mr. Jones von Mr. Combs gezwungen, im Badezimmer von Mr. Combs Diddy zu arbeiten, während Mr. Combs nackt herumlief und in einer durchsichtigen Glaswand duschte. Als heterosexueller christlicher Mann fühlte sich Mr. Jones bei den Annäherungsversuchen von Mr. Combs Diddy unwohl und äußerte sein Unbehagen gegenüber Mr. Combs Stabschefin Christina Coram KK hatten wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Coram versuchte auch Mr. Combs Befummeln von Mr. Jones Anus und Genitalien als freundschaftlichen Scherz herunterzuspielen, indem sie erklärte, dass die Handlungen Mr. Combs Art waren, zu zeigen, dass er ihn mag. Junge, Junge, Junge. Es ist ja, und es ist eigentlich auch nicht witzig. Ich meine, das ist verrückt, dass das so vor allem, deswegen finde ich, dass es so in den Gerichtsdokumenten steht, Philipp. Genau so. Du hast es jetzt übersetzt vorgelesen. Ja, es steht exakt so in den Gerichtsdokumenten drin, ja. Und Leute, manchmal, manchmal ist es auch eine Art einfach, um mit einer sehr ekligen Sache umzugehen, das Ganze zu versuchen, noch mit Humor zu nehmen. Also, wer mich kennt und auch Kian, wir haben solche Sachen, sexuelle Belästigungen und so weiter, auch von Minderjährigen schon oft besprochen, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema und egal, auch mit Erwachsenen, das ist nichts Lustiges oder so, aber wenn man sowas vorliest, manchmal, da kann man nicht anders als zu lachen, wenn man, ja, sich das eben bildlich vorstellt. Genau, und er sagt, darüber hinaus auch viele andere Dinge, andere Taktiken, die Diddy angewendet haben soll, um Jones dazu zu bringen, wahrscheinlich irgendwelche sexuelle Handlungen mit ihm auszuführen. Und zwar sagt er, Zitat, auch aus dem Gerichtsdokument Punkt 96 bis 97, Mr. Combs wandte viele Taktiken an, um die Macht und Kontrolle über Mr. Jones aufrecht zu erhalten. Er versprach ihm einen Grammy als Produzent des Jahres für das Love Album. Er bot ihm 250.000 Dollar an, um alle Instrumente zu kaufen, die er wollte. Er versprach ihm das Eigentum an seinem 20 Millionen Dollar Anwesen in Miami. Er versprach ihm Zugang zu Führungskräften von Plattenfirmen wie den ebenfalls angeklagten Lucian Charles Grange, CEO von Universal und Ethiopia H, ehemaliger CEO von Motown Records. Ist auch eine Tochterfirma von Universal. Mr. Combs änderte oft seine Vorgehensweisen. Er versprach Mr. Jones nicht nur die Welt, sondern drohte ihm dann auch wieder mit körperlicher Gewalt. Er hat Mr. Jones wissen lassen, dass er bereit ist, seine Mutter zu töten. Scheiße. Also in beide Richtungen. Very interesting, ja. Wir haben auch hier Punkt 63 bis 73 aus den Gerichtsdokumenten. Jones wirft Diddy vor, er habe ihn dazu bewegen wollen, homosexuelle Handlungen zu praktizieren. In diesem zugezeigte Diddy ihm ein Video, welches den Musikproduzenten Stevie J bei einem homosexuellen Akt mit with a Caucasian man, also mit einem Kaukasier, einem weißen Mann zeigen soll. Dieses Video ist hier wohl offensichtlich in den Gerichtsakten eingeblendet worden, also ein Video, wo zwei Männer Analsex miteinander haben, welches im Besitz von Mr. Jones, dem Ankläger, ist. Und er sagt, Diddy habe ihm das gezeigt, um ihn quasi näher heranzuführen, so nach dem Motto, ja mach das doch, die machen das ja auch, oder ihn zu bedrohen, ich weiß es nicht, das ist natürlich, es ist alles schon, huu, äh, ja, also. Interessant auch noch ein paar Aussagen zu diesen sogenannten Diddy-Partys von außenstehenden Rappern oder Schauspielern. Zum Beispiel der Schauspieler Brandon T. Jackson sagte auf die Frage, ob er schon mal bei P. Diddy's Partys gewesen ist, ich gehe 30 Minuten bevor der Teufel kommt, das ist alles, was ich zu sagen habe, das ist, was mir Denzel, damit meinte er Denzel Washington, sagte. Das ist interessant, dass er das so sagt und dann, wer auch immer der Teufel ist, dann der Rapper Lee Cray, der sagt ein bisschen mehr über Diddy's Partys aus, der sagt, ich war auf einigen Diddy-Partys, ich war auf vielen Partys, ich werde folgendes sagen, es gibt Leute, die dich testen, die schauen, wo deine Grenzen sind und wenn du bereit bist, einen Schritt zu gehen, dann gehen sie zwei. Ich werde nicht sagen, auf wessen Party ich war, das war eine verrückte Situation, auf einer bestimmten Party waren viele berühmte Personen, ein Künstler dort sagte, hey Lecrae, um etwa ein Uhr nachts solltest du sicher gehen, nicht hier zu sein, du willst einfach nicht hier sein zu dieser Zeit, aber ich war neugierig und wollte bleiben, um etwa 0.30 Uhr veränderte die Musik sich und wurde etwas softer und gefühlsvoller. Als ich danach die Treppen hinaufging, war da eine Couch und auf dieser Couch sah ich einige Typen, wie sie es ziemlich hart miteinander untertrieben. Als ich weiterging, bemerkte ich, dass es noch viel mehr Leute waren. Das sagt Lecrae. Also hätte er wohl doch den Tipp annehmen sollen, beziehungsweise es ging ja schon um 0.30 Uhr los, dann ist die Frage, was wäre denn dann um ein Uhr passiert, wenn das schon das 0.30 Uhr Programm war? Und jetzt auch wieder dazu, die sollen, also wenn die das einvernehmlich machen, dann sollen die natürlich alle machen, was sie wollen, da haben wir ja kein Problem mit, aber, und jetzt kommt das Problematische daran, unter Punkt 167 bis 170, die App stehen Parallele. Ich zitiere aus dem Gerichtsdokument, während er mit Mr. Combs lebte und reiste, entdeckte Mr. Jones, dass Mr. Combs in jedem Raum seiner Häuser versteckte Kameras hat. Mr. Jones glaubt, dass Mr. Combs Aufnahmen der Beklagten, Lucian Charles Grange, Ethiopia H, sowie anderer Prominenter, Führungskräfte von Musiklabels, Politiker und Sportler besitzt, aufgrund dieses umfangreichen Beweismaterials, das er in seinem Besitz hat, glaubt Herr Combs, dass er über dem Gesetz steht und unantastbar ist. Also, es geht nicht grundsätzlich darum, was irgendwer in Hollywood an sexuelle Handlungen mit Drogen macht, sollen die, ist mir persönlich egal, sollen die machen, was sie wollen, aber, wird da jemand gedrängt, wird das, was dann als Resultat von dem, was, wo du gedrängt wurdest, verwendet, um dich zu erpressen und ist das eine Aktion, die so in so einem großen Stil passiert. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das in diesem Gerichtsprozess wirklich so nachzuweisen, aber, ich meine, wenn es da die ganzen Aufnahmen gibt, dann wird es ja wohl in irgendeiner Weise Beweise geben, die so ein Claim bestätigen könnten und das wird spannend dann zu sehen. Aktuell, wie gesagt, alles noch nur Vorwürfe. Ja, also es ist schon heftige, es ist, also wenn sowas erstmal vor Gericht landet und selbst wenn nur ein Körnchen Wahrheit daran wäre, mir scheint aber, das ist ja weit, weit jetzt über 20 Jahre, dass immer wieder solche Anschuldigungen auftreten, ja, es gibt ja auch die ehemalige Frau von Puff Daddy Kim Porter, da gibt es ja auch einige Themen dazu, ich glaube, er hat drei Kinder mit ihr, die ist mit 47 Jahren angeblich an einer Lungenentzündung gestorben, ähm, also es sind schon sehr viele Leute, ähm, äh, es sind schon sehr viele Leute in seinem Umfeld, ähm, die sehr komische Dinge behaupten oder die direkt auch gestorben sind, jetzt kann man sagen, ja gut, der hat viele Leute in seinem Umfeld, da sterben auch Leute, ja klar, kann man alles sagen, aber was wir jetzt hier bisher lesen und das ist wirklich nur ein Teil dessen, äh, die Hollywood Partys von P. Diddy, das ist seit, ich sag jetzt mal einfach locker 20 Jahren ein Thema, worüber getuschelt wird, übrigens auch die Machenschaften von einem Harvey Weinstein, ja, wie viele kamen danach raus, ja, wir haben es gewusst, wir haben es ja eigentlich alle gewusst, erst haben sie es versucht, unter den Teppich zu kehren, also man erkennt ein System, dahinter aber auch ein System des Schweigens, ein System der Ausbeutung, oftmals ein System der Ausbeutung von Frauen, aber eben nicht immer, man sieht ja hier genauso Männer, die, äh, von denen versucht wird, sie sexuell auszubeuten, also, äh, da wird keiner ausgelassen und, äh, im Englischen sagt man Depravity oder Depravity, also es ist einfach verkommen, ja, das ist vollkommen, äh, gegen das, was man in einem klaren Geisteszustand eigentlich, äh, gedanklich irgendwie machen sollte, ja, also massivster Drogenkonsum, äh, Minderjährige in, in Sexualität, äh, einbinden, äh, das, das geht gegen alles, für, für was ich stehe und für was ich denke, Menschen stehen, die normal bei Verstand sind, ja, und, äh, es scheint mir doch hier schon, wenn wir uns anschauen, was jetzt in den letzten Jahren alles rausgekommen ist, äh, ja, also da nicht von einer Systematik zu sprechen, ist schon ganz wild, ne, alles Einzelfälle, ich meine, ja, Einzelfälle. Genau, das wird interessant zu sehen, man muss wohlgemerkt sagen, die Anklage ist da, aber der Prozess bisher noch nicht und, angenommen, P. Diddy hat diese Macht, die ja angeblich zu sein scheint in der, in der Musikindustrie, dann wird es wahrscheinlich schwierig zu sehen, wie viele Möglichkeiten er hat, sich vor diesen Anschuldigungen dann vielleicht sogar zu schützen, selbst wenn sie stimmen sollten. Das wissen wir alles nicht, das sehen wir dann und, ähm, ja, bisher ist es wirklich einfach nur Gerichtsdokument, Vorwürfe, aber eben von vielen, vielen verschiedenen Seiten. Ich denke, als Fazit kann auf jeden Fall mal gesagt werden, dass es in, in Hollywood und das seit vielen, vielen Jahren und damit auch in der Musikindustrie, die ihr sehr nahe steht, ähm, einen Machtmissbrauch gibt, ja, das ist ja auch seit der MeToo-Debatte alles, nichts mehr, was man in den Bereich der Verschwörungstheorie reinmacht, ja, so wurde das früher sicher auch genannt, bis es dann wahr wurde und dann sagt jeder, der seine Verschwörungstheorie genannt hat, plötzlich nichts mehr dazu und verschwindet wieder in seinem Loch, ähm, deswegen muss man da offen sein, ja, und deswegen sprechen wir diese Themen auch an, man sieht hier, dass die, die, die hohen Machtgefälle von sehr, sehr einflussreichen Menschen, oft Männern, ja, also, muss man bisher so sagen, ja, äh, dass die ihre Macht ausnutzen, da können wir weit zurückgehen zu Zeiten von Roman Polanski, Roman Polanski, Schauspieler, der seitdem nicht mehr in die USA einreisen durfte, weil er der Vergewaltigung, ich meine, eines 13-jährigen Mädchens, ähm, nicht nur beschuldigt, sondern verurteilt wurde, ähm, und, ähm, das ist also diese, dieses Ausnutzen von Machtgefällen, äh, in, in Hollywood, in diese Industrie, ist, äh, alles nichts Neues, alles nichts Neues, es ist vielleicht nur so, dass jetzt durch das Internet und durch unterschiedlichste Formen von Social Media jetzt deutlich mehr ans Licht kommt, was eben früher nicht ans Licht kam und ganz früher, bevor es das Internet gab und, und bevor es Mobiltelefone gab, wo du alles, äh, sofort filmen konntest, ist noch viel mehr unter den Teppich gekehrt worden, wo es dann einfach nur Gerüchte darüber gab, aber eben, ähm, ja, nichts, nichts Klares. Vielleicht noch ganz zum Schluss, P. Diddy, äh, streitet diese ganzen Sachen ab, ja, er hat schon immer wohlgemerkt, auch diese ganzen Sachen abgestritten, äh, er sagt auch hier, man versucht, meinen Ruf zu zerstören und versucht, mich zu zerstören, meine Familie und so weiter, ähm, ja, so, so viel dazu, das sollte vielleicht auch gesagt werden, das Ganze steht jetzt vor Gericht, sollte das, ähm, sollte das beweisbar werden, sollte sich herausstellen, dass er das wirklich gemacht hat, dann ist er nicht nur jemand, der keine Grenzen und Regeln für sich akzeptiert, der also ständig Borders überschreitet, indem er andere Menschen anfasst, möglicherweise vergewaltigt vergewaltigt und alles, was wir hier benannt haben, äh, möglicherweise in einen Mord involviert sein, ähm, dann muss man auch sagen, dass er ganz klar manipulativ und systematisch vorgeht, wie wir das schon im Fall von Jeffrey Epstein gesehen haben, übrigens, die Klientenliste von Jeffrey Epstein bis heute, keine einzige Anklage, das bitte niemals vergessen, ja, wenn es immer darum geht, wer alles sofort angeklagt und auch verurteilt wird und dann solche unglaublichen Anschuldigungen und keine einzige Anklage. Hier gibt es jetzt eine Anklage, ob daraus etwas wird. Kian, wir werden es weiter verfolgen, also sollte er verurteilt werden, ähm, werden wir darüber sprechen. Genau, und die Frage ist ja auch darüber hinaus, wird er dann als isolierter Fall dargestellt, in Sachen, er hat jetzt diesem Musikproduzenten was getan oder wird die ganze Sache aufgerollt, das ist dann wieder die nächste Frage, aber wir werden uns dann beschäftigen, aktuell, wie gesagt, Klage, noch kein Prozess, schauen wir uns dann an. Ich habe mir gedacht, bevor wir die Podcast-Folge jetzt auf so einem, ja, emotional negativen Thema beenden, bringe ich vielleicht nochmal etwas ein, das habe ich gelesen und zwar ist es ein genannten Konzept für persönliche Disziplin beziehungsweise Glaubwürdigkeit, ob du an dich selber glaubst, dass du Dinge schaffst und da geht es um den sogenannten Sinatra-Test und das basiert auf Frank Sinatra auf dem Buch Made to Stick, Why Some Ideas Survive and Others Die, da bezieht man sich auf Frank Sinatras berühmtes Lied New York, New York und da geht es besonders um eine Zeile, die kennst du bestimmt, Philipp, If I Make It Here, I'll Make It Anywhere, also wenn ich es hier schaffe, schaffe ich es überall und der sogenannte Sinatra-Test basiert auf dieser Zeile, das heißt, ein Test, wo ein einzelnes Beispiel für Erfolg in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld, dann eine Aura an Glaubwürdigkeit für zukünftige Bestrebungen schafft, denn es ist in New York riesige Stadt, unglaublich schwer es zu schaffen, jetzt in diesem Beispiel im Showgeschäft und er sagt, wenn ich es dort schaffe, dann kann ich den Grundsatz darauf anwenden, dass ich es mir selber beweisen kann, dass ich es überall schaffe und das kann man auf jede schwierige Sache, die man versucht zu meistern, übertragen, beispielsweise vor allem, wenn man das mit einer Nuance nimmt auf sich selbst persönlich, auf statt externe Glaubwürdigkeit, interne Glaubwürdigkeit, weil wenn man interne Glaubwürdigkeit aufbaut, für sich selber weiß, dass man harte Dinge schaffen kann und Dinge meistern kann, dann wird man gegenüber jeder Situation, die dann vielleicht auch etwas Neues für einen ist, trotzdem das Vertrauen in sich selbst haben und das positive Mindset haben, das Ganze zu schaffen und dementsprechend, um zu versuchen, diese interne Glaubwürdigkeit aufzubeiden, sollte man Dinge tun, die einem vielleicht Angst bereiten oder die man vielleicht als hart empfindet, weil wenn man dann diese Dinge tut, beispielsweise, ja, sagt zu einem großen Vortrag auf einer großen Bühne, ein ambitioniertes Fitnessziel sich setzt und das Ganze auch wirklich durchzieht oder ins kalte Eisbad geht, obwohl man da nicht rein möchte, Dinge, die für einen selber hart wirken, wenn man diese macht, baut man sich selber intern die Glaubwürdigkeit auf, zu wissen, ich schaffe es, egal was kommt, weil ich habe diese Dinge, diese harten Dinge, wo ich auch gedacht habe, die will ich nicht machen, gemeistert und das spannt dann wieder den Bogen zu wissen, wenn du es dort schaffst, schaffst du es überall von Tranquillinale, if you make it here, you make it anywhere, also wenn du hier diese ganzen kleinen, harten Dinge in deinem Leben absolvierst, dann wirst du auch andere neue Dinge absolvieren können. Ja, sehr gut gesagt, ich möchte vielleicht auch noch ganz am Ende was sagen, wenn viele Leute sich vielleicht jetzt denken, oh Gott, was hört man da wieder und das häuft sich damals, die Situationen, Weinstein, Eppstein, Didi jetzt, was denke ich ganz, ganz wichtig ist, ist, und das versuchen Kian und ich auch immer wieder zu sagen, ist sein persönliches Umfeld selbst auszusuchen, ja, also wie lande ich denn bitte auf so einer Hollywood-Party von P. Didi, ja, als irgendein Mann, in dem ich eingeladen werde und ich sage zu, ja, alles Leute, die zugesagt haben, auf diesen Partys dort zu sein, ähm, haltet euch fern von Situationen, wo ihr schon ein schlechtes Gefühl habt, haltet euch einfach fern von Menschen, wo ihr merkt, dass die euch nicht gut tun, das ist doch eines der großen Probleme, dass Menschen trotz ihres besseren Wissens in Situationen verbleiben, wo sie hätten eigentlich gehen sollen, wo sie auf ihren Instinkt hören sollen, also tauscht euch aus mit positiven Menschen, umgebt euch mit positiven Menschen, die uplifting sind, die euch nach oben bringen und nicht mit negativen Menschen, die manipulativ sind, die unterdrücken, die versuchen ihre Macht über euch auszuspielen, die euch möglicherweise in Situationen bringen, wie es hier eben geschildert wird, dass man erpressbar wird, dass man Dinge tut, die man nicht machen will, ja, die gegen die eigenen Prinzipien stehen, wenn man das verhindern will, dann sollte man sich von solchen Situationen fernhalten, von solchen Menschen fernhalten, dann kommt man auch viel seltener in eine Gefahr, dass einem etwas passiert, was man nicht möchte. Hast du auch wunderbar gesagt, da muss man sich einfach die Gedanken machen, Philipp, warum will diese Person, dass ich mitkomme auf diese coole Party, welchen Hintergedanken hat diese Person, da sollte man sich viel öfter die Gedanken machen, vor allem bei Menschen, bei denen man weiß, die landen immer wieder in Situationen, die etwas Negatives für mich sind, um diese Situation zu vermeiden, da muss man sich dann selber die Gedanken machen, ist das Interesse, was diese Person für mich hat, wirklich ein Positives, will die mich als Freund dabei haben, mit mir Spaß haben, oder will die aus irgendeinem anderen Grund mich mitnehmen, ist das jetzt eine einmalige Sache, ist das jemand, der wirklich einen Wert sieht für meine Freundschaft und was für Aktivitäten werden da getan, bringen die mir was, ist das was Positives für mich, für mein eigenes Leben, für das, sehr, sehr wichtig, die Menschen, um die du dich umgibst, die haben indirekten Einfluss auf dich und der ist nicht so klein, wie viele denken, jeder unterschätzt den, der ist deutlich größer, als man immer zu denken mag. Ja, ganz richtig, ganz am Ende noch, grundsätzlich bei Anschuldigungen, es gibt ja, man kann schnell Anschuldigungen gegen jemanden stellen, es gilt hier immer die Unschuldsvermutung, auch und immer in so einem Fall, wo es viele Anschuldigungen aus der Vergangenheit schon gab, alles richtig, ja, und das seit vielen Jahren von unterschiedlichsten Menschen, Männern wie Frauen, Ex-Freundinnen von ihm und so weiter. Trotzdem gilt, was jetzt die aktuelle Klage angeht, die Unschuldsvermutung, warten wir weiter ab, was hier, was hier rauskommt, was passiert. Kian, war spannend, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare rein, was denkt ihr denn? Ist das alles Blödsinn? Versucht man ihn möglicherweise zu erpressen, indem man einfach sagt, okay, der wird hier wieder ein paar Millionen zahlen, damit Leute schweigen oder glaubt ihr, da ist was dran? Glaubt ihr, hier könnte es möglicherweise, er könnte hier der Jeffrey Epstein, der Musikindustrie sein, um sein Netzwerk und seine Macht genutzt zu haben, um andere Leute zu erpressen? Wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet. Herzlichen Dank für die Unterstützung und bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.